Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crisis Warheads. Yeah. Ich habe ein bisschen früh leider mit der Aufnahme begonnen. Unglaublich 8 Sekunden, 9 Sekunden fast. Jetzt ist es kaputt. Jetzt brauche ich es nicht mehr ausmachen. Das war meine letzte Chance. Äh? Ich bin noch psycho. Bin ich jetzt... Nee, Nomad? War ich... Oh, boah. Tschüss. Ich bin noch nicht so gut. Damit will ich auch fahren. Pfeißen. Ach geil. Nachladen brauche ich, ne, kann ich nicht mal. Wir brauchen diesen Behälter. Wer weiß, was die Mistkerle mit dieser Technologie anrichten könnten. Nehmen Sie das Horrorcraft. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Besser. Oh. Fuck. Oh. Wir müssen hier brauchen. Ach. 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 Was? Was ist das so ein Kett... Oho... Äh... Ich muss auf die andere Straße... Gleich kommt eine T-Kreuzung. Links abbiegen. Da ist er! Was? Aber hier hat gleich was passiert. Verdammt, wir haben ihn verloren. Links abbiegen. Vor ihnen ist ein Weg an dem Schiff entlang. Ja... Da ist der Behälter! Da ist der Behälter! Jetzt ernsthaft. Okay, wir haben ihn wieder verloren. Stoßen Sie zum Eagle-Team, während ich versuche den Behälter zu ordnen. Was zum Teufel ist das? Im Moment ist die Maschine das Problem der KVA und das sollte möglichst lange so bleiben. Bleiben Sie an Lee und dem Behälter dran. Scheiße! Ich hänge! Ja! An diesem Typen und dem Behälter. Aber... Die Frage ist, wie komme ich da jetzt wieder hin? Alter! Da hoch, verdammte Scheiße! Scheiße! Komme ich da überhaupt wieder hoch? Ich muss auf die eine Straße... Ich würde gerne auf die eine Straße da hoch. Aber... Für mich sieht das aus wie zu Fuß weiter, aber jetzt nicht unbedingt da lang. Scheiße! Ah! 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 Oah! Ah! 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 Wä Alan! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Alter, Schwede, halt jetzt auch was aus. Und checken, ob er ein Loch zum Nachbartal sprengen kann. Hey, Psycho, hierher! Habt ihr jetzt nicht ausgekriegt, um den Piloten zu rennen? Ach, naja, ich war ihm was schuldig. Das kommt schon in Ordnung. Der letzte, der immer so die Queere gekommen ist, hat auch fast in einem Stück überlebt. Okay, alles zusammen, gehen wir! Halt, halt, halt! Gibt's hier ein Gauss-Gewehr? Granatwerfer ist auch ganz cool. Gauss-Gewehr! Drei Schuss, sechs Schuss. Hä? Hä? Ach so. Mach's mir alle! Los, der kommt! Granatel! Politeckum! Ich muss nachlassen! Psycho, nicht schlapp machen! Wir müssen das bis zum Tunnel schaffen! Räuchert hinaus! Was ist jetzt... Uh! Was ist das? Was ist das? Was ist das? So Hätte... wäre ich jetzt gerne eingestiegen Was ist das? Habe ich es getroffen? Bäm Man sieht doch dort nichts Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hätte ich das nicht mehr geschafft mit dem Stärke, weil er geleckt, gehängt, gehängt hat Was ist das? Nein Was ist das? 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 Oh Was? Oh Was ist das? 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 Was? Was ist das? 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 Nein Was ist das? Nein So eine Scheiße hier. So eine Scheiße hier. So. Gleich haben wir's geschafft! Aufpasst! Letzte Runde! Halt los, du schick Scheiße! Nein. 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 Er steht jetzt nicht auf. Oh! Das war's jetzt wohl wirklich! Ihr habt's gehört, zusammenpacken. Los geht's! Alles klar? Gut, Salko, Sie gehen voraus. Abmarsch! Was ist mit Bär? Die Mission geht vor. Wir unterstützen jetzt direkt das Raptor-Team. Pfeif auf den Behälter! Wir vermissen einen Mann! Ja, und auf der anderen Seite dieses vereisten Bergrückens ein ganzes Team! Rauen wir einfach ab von hier! Wir sind soweit! Mit Null Munition! Okay, das... Scheiße! Ja, sorry! Gut! Vielen Dank fürs Zuschauen! Und den Videospiel-Team geht auch noch um und schreibt den Kumpel auf dieses Video gefallen! Na, tschüss! Und im nächsten Video ohne Afterburner! Ski-ski! Ski-ski! Ski-ski!